So, da bin ich wieder. So, direkt in den nächsten Stapel rein klatschen. So, okay, wollen wir mal gucken hier. Genau, wir können jetzt direkt anfangen. Hier schon die ersten Kupfer, nee, wir brauchen hier Kupfer. Wir brauchen, was brauchen wir denn? Messing. 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 Wir hatten noch Messing. Hatten wir kein Messing? Ah, nee, genau, Messing wollten wir machen, dafür brauchen wir Kupfer und Zinn. Oder irgendwie so war das doch. Messing. Ach nee, genau, hatten wir im Legierungsofen. Haben wir schon fertig gemacht. Haben wir das in unserer grenzlosen Weisheit etwa in die Taschen gepackt? Ja, haben wir. Okay, so, das heißt, oh Gott, Alter, immer dieses Raussuchen wieder scheiß heißen. So, müssen wir warten, bis hier was rauskommt. So, okay. Direkt den nächsten Scheiß rein. So, das rein. So, alles. Es ist noch nicht so viel, aber hey, es wird ja langsam. Es wird jetzt ultra lange dauern. Oh mein Gott. Vor allem reicht das von der Menge überhaupt? Achso, ja klar, wir haben ja hier noch massig, was wir noch einschmelzen. Oh Gott, Alter. Holy shit. So, was brauchen wir für die Batterien? Für die Batterien brauchen wir Batterien, Kabel und das war's eigentlich, ne? Genau, und Holz. So, okay. Gut, na dann. Können wir also tatsächlich schon mit den ersten Batterien anfangen. Ja gut, außer, dass hier alles voll ist. Scheiß jemand an. Scheiß jemand an. Äh, danke, 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 danke. Weg, weg. Äh, tatsächlich kann weg. Und das Eisen kann weg. Das klatscht mir bloß mein Inventar zu. Weg. So, und dann. Alles. So, weißt du, war's gerade mal ein einziges? Achso, weil wir, weil wir, weil wir, weil wir, weil wir, weil wir, weil wir die Batterien drin hatten. Ja, macht das Sinn. Whatever. So, eins. Wow. Jetzt ist er voll weit gekommen. So, wenn ich hier gerade eh schon mal rumrenne, immer dafür sorgen, dass die, äh, dass die Legierungsofen nicht schon ausgelastet bleibt. Das ist gerade das Wichtigste. Weil das ist gerade unser limitierender Faktor. So, halt, Batterien hier waren hier. Unter anderem, wenn wir ungefähr 20 verschiedene Stellen, wo Batterien drin sind. So. So. So, da. Äh, ja, warum, warum hat mich einfach das losgesucht, was da bereits drin war? Alter. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alles. 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 So. So. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey. Achso. Ja, gut. Das war. Hat er natürlich die von den Stack verfolgt er nicht. Oh Mann, Alter. Hei, 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 hei. Aber langsam wird's. Ein paar Kettings haben wir noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Ei, 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 ei. Alter. So, 3 können wir noch machen. Dann müssen wir erstmal wieder auf neue Kettings warten. Ist das richtig so? Keine Ahnung. Oh, wahrscheinlich zu viel. Ah ja, das war doch richtig. Sehr gut. Cool. So, erstmal gucken, was die Kettings da unten macht. Oh, sieht gut aus. Sieht vor allen Dingen fast fertig aus. Wir müssen hier noch die und die machen. Dann sind wir fertig. Ist das nicht genial? 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 Okay. Äh, äh, äh. Bam. Wieder 18. Geil. So. Achso. Ja, ich brauche Batterien. Batterien müssen wir auch noch welche machen. Das reicht ja hier bei weiter nicht aus. So, jetzt haben wir bloß noch. Hier hatten wir keine. Doch, jetzt mal welche. 1, 2, 3, 4. Äh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, hier haben wir jetzt keine mehr. So, genau. Da hinten hatten wir keine hingepackt. Weil Übersichtlichkeit und so. Die hier nicht abgeschlossen sind. Was eigentlich kein Problem gewesen wäre. Aber, ne? So, okay, genau. Ja, wir haben nichts mehr. Okay. Das heißt, wir brauchen noch. Jetzt müssen wir erst mal wieder Batterien herstellen. Ei, 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 ei. Ich sag's euch, dass man die Dinger nicht decken kann. Das ist so übel. Oh, passt ja sogar. Lol. Geil. So, was sagt der Legierungsoffen? Der sagt, ich brauche Input. Dann kriegst du Input. Dankeschön. So. Oh, geht okay. Was? Achso, Holz. Wir haben kein Holz mehr. Wo ist denn mein Holz hin? Hat er zurückgepackt? Hat er es hier reingepackt? Ja, habe ich. So. Achso, die wird nicht reichen. So, das sieht schon besser aus. Äh. Nein. Verdammt. Warum nicht? Achso, Batterien. Ja. Wir haben jetzt natürlich alle Batterien weggepackt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Äh. Yay. Alter. Dauert zum Glück überhaupt nicht ewig das Ganze hier. Das ist schon echt heftig. viel klappt. Ah. Wir haben schon andere 30 von 50. So viele Fehler sind da nicht mehr. Da haben wir schon 30 von 50. So viel Fehler sind da nicht mehr. kann sich also bloß noch um jahre handeln so der rest kann hier rein das heißt jetzt können wir die restlichen gehäuse bauen so genau 19 fehlen nämlich noch die 50 die wir brauchen wir nähern uns also langsam dem ende und erst mal noch batterien richtig genau haben wir da alles müsste eigentlich alles sein alles wie gesagt ein paar trinken müssen wir noch aus kupfer und zinn machen aber so jetzt war alles was wir an sulfat und sonst so was hatten also sofort ja doch genau so fahrt war jetzt fast zuerst gegangen ist haben wir jetzt komplett aufgebraucht das heißt wir irgendwie irgendwas mal irgendwann wieder fahrt brauchen dann müssen wir jetzt neue fahrt fahren weil ich nicht wüsste für was genau ein bisschen fahrt kannst du nur batterien bauen und mit dem zeug kann ich auch noch batterien bauen deswegen so fahrt brauchst du wirklich nur für batterien von daher war das dafür echt verwurzten weil dafür ist es gedacht mehr einfach die fälle gibt es nicht 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 und schon ist das unser ding auf die lehrer 1 2 3 4 geil so was Was fehlt denn? Achso, Batterien. Schon wieder fehlt eine. Immer fehlt eine Batterie. Was ist denn hier los? Ammonack-Kolm. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viele Batterien wir noch brauchen. Wir haben noch zwölf Batterien, müssen wir noch machen. Das heißt, wir brauchen noch 48 Batterien. Was? Also, hiervon müssen wir noch zwölf machen. Das heißt, wir brauchen hiervon noch 48. Wir haben drei. Also müssen wir noch 45 machen. Boah. So, 45. Dafür reicht unser Zeug mal. Unser Zeug doch gar nicht aus hier. Das ist ja, brauchst du ja. Ja, 45 brauchen wir dafür. Das heißt, wir brauchen 90 mal Kupfer. Alter. Unser Arm ist Kupfer, ey. Boah. Ich höre, wie er schreit. Alter. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Wir müssen nur noch ein ganzer Zinn hin. Wir hatten noch massig Zinn gehabt. Ach, hier. Das ist echt nicht cool. Und wir brauchen noch massig Holz. Weißt du was? Ja, damit. Jetzt brauchen wir ja kein großes Inventarplatz mehr. Das heißt, jetzt können wir einfach hier direkt umwandeln. Ganz ehrlich. Batterien. So. Batterien. 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 Oh. Sogar schon aufgeteilt. gefällt mir. Gefällt mir. Let's go. Das geht ja wieder nicht. Oh Mann. Ich sterbe eines einsamen Todes. Aber das müsste jetzt von der Fläche her passen. Siehst du, passt doch perfekt. Ah. Passt doch. So, jetzt, komm, zum Endspurt, ja, oh mein Gott, Alter, ist das belastend, ey, achso, halt erstmal hier. Oh, passt ja genau, ha, äh, alles. So, und da müssen wir alle arm, genau, vier Stück fehlen noch, vier Stück machen wir noch, passt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Danke Gott, dass du mich hast da erhört. Okay, das war ja mal eine aufregende Tour. Jetzt müssen wir nur noch aus den ganzen Dingern die Anzen, ähm, eigentlichen, also erstmal die MV-Dinger machen, da brauchen wir erstmal zehn Netzteile für, äh, also hier diese Transformatoren. Ähm, so, wir brauchen genau die, ne, wir haben jetzt genau die gemacht, brauchen wir die. So, da brauchen wir mittelspannentransformatoren, zehn Stück, da brauchen wir auch viele Kohlenstoffbarren, ah, ich sag's euch. Mal gucken, wie viel, 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 wie viel haben wir noch von, direkt von den Kohlenstoffbarren, da haben wir hier noch ein paar. Gut, wir nehmen mal die hier auch noch mit, so, wir brauchen Kohlenstoffbarren, und zwar brauchen wir zehn Stück, das heißt, wir brauchen hier von, wir sind fünf, ne, also 50. Wie viel haben wir, wie viel haben wir, Kohlenstoffbarren, Kohlenstoffbarren, also brauchen wir noch 26. 26. Hallo? Äh, ah. Da, eins, soweit man nicht geklickt. Hier, jetzt bin ich raus. Da. So, ups, und wups. So, macht's schon mehr Sinn. So, dann haben wir das, dann brauchen wir... Davon haben wir noch massig, und davon haben wir noch massig, soweit ich weiß. Wobei, so massig haben wir jetzt von den Spulen nicht, aber dann haben wir noch ein paar. Okay, zwei Stück, wow. Von dem haben wir noch massig. So, das heißt, wir brauchen noch Kupferspalte, wir brauchen... Ja, langsam geht unser Kupfer aus, ne? Wer hätte damit rechnen können? Äh, oh, okay, wir haben noch hier 36 von. Okay, da geht's noch. Das ist ja alles im grünen Bereich. Dann, äh, lassen wir gleich mal hier einen durchschleifen. Dann sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht doch machbar aus. So, wir brauchen... Hiervon haben wir jetzt alle 50, die wir brauchen. Dann brauchen wir davon 20. Und hiervon brauchen wir auch 20. So. Für die 20... brauchen wir hier von 80. Und auch schon wieder Schmiedeisen. 80 Stück. Ayuf... Ach, das war halt, Eisnisserion. Äh, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, das war jetzt eigentlich... Das war jetzt, leck mich. So. Äh, kann auch gleich in die Schleife. Wir brauchen mehr Schleifmaschinen. Verdammt. Hm, oh mein Gott. Lala. Lala. Das war gerade der Zustand in meinem Kopf. Machhine. Hier, was macht der? Der macht gar nichts. Ah, genau, der hat gerade was gemacht. Und zwar die Dinger hier unten. Jetzt warten wir gerade auf den hier. Dann nehmen wir schon mal den ersten Block und schmelzen ihn schon mal ein. Denn das ist ja das, was wir brauchen. Letztendlich. So, den anderen lassen wir dann einfach so als Kupferstaub. Vielleicht brauchen wir das später auch nochmal für irgendwas. Weil Kupferstaub haben wir eigentlich noch nie gebraucht, oder? Kupferstaub haben wir noch nie gebraucht. Ja, kannst du, ja. Da kannst du bloß die Sache machen, die wir auch direkt aus den Waren machen können. Das heißt, extra Kupferstaub brauchen wir jetzt nicht speziell. Von daher. So, dann kann ich ja gleich das Höckchen einschleifen. Ja. Ja. So. Ups. Hups dich, hups dich und. Let's go. Der schon war fertig. Sehr geil. Dann haben wir schon mal unsere Kupferspulen. Äh, so, Kupferspulen. Für was brauchten wir die jetzt? Also genau, für die Trafos. Ähm. Ich suche mal direkt nach Transformer. So, da haben wir auch den Mittelspannungs-System. Ja, hier, ne? Genau. So, die brauchen wir. Und da brauchen wir 80 Spulen. Und 80 Schmiedeeisen-Barren. So, Schmiedeeisen. Können wir direkt wieder einschmelzen hier. Brauchen wir ja. 20 Stück noch. Ungefähr. So, perfekt. So, 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 so. 45? Boah, bisschen wenig. Egal. So, jetzt haben wir schon mal. Wie viel sind das? Was? Ach, hier. 15. Wir brauchen noch 20. Also noch 15. Ist jetzt korrekt? Or what? Ich glaube, ja. Achso. Hä? Achso. Ja. Wir brauchen jetzt mal. Ja. Das und das. Achso, so geht's auch. Okay. Wir brauchen 5, 10. So. Wie, 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 wie hab ich jetzt 12? Fick die Henne. Ähm. Bam, bam. Was? Ach ja, wir brauchen, oh Gott. Ja. Wir brauchen das Doppelte. Ich dachte, man kommt ja immer zwei Spulen raus. Aber nee. Immer nur eine Spule raus. Ach, scheiß jemanden. Was heißt, wir brauchen denn noch acht? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, nee. Back da. Hier, hier bekommt man immer das Doppelte raus. Genau. So. Jetzt haben wir zwei. So. Ja, nee. Recht aber gar nicht. Ich bin schon so ein Nudelsalat im Kopf. So. Jetzt haben wir davon die 8. Äh. Perfekt. Yay. Wupp, wupp. Das ist dann zu der Police. So. Jetzt müssen wir noch gucken. Jetzt haben wir das alles. Und daraus müssen wir jetzt die Transporen machen können. Alle zehn Stück. Ja, geil. Wupp, wupp. So. Dann haben wir schon mal das. Was ist denn das hier? Wire Transfer Terminal. What the fuck? Genau. Gute Abkürzung. Äh. Gut. Wir brauchen MV. Denn wir kommen aus dem MV, ne? Das ist so meine Crip und so. Gut. Jetzt haben wir das alles. Wir haben das. Jetzt brauchen wir bloß noch die schwarzen Kabel. Die schwarzen Kabel werden super einfach. Wir haben ja einfach davon ein paar. Und diese komischen schwarzen Gummidinger. So. Schwarze Gummidinger haben wir hier oben. Äh. MV, 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 MV. Wo ist denn MV? Hallo? MV, da. Alles. Hat er gut geklappt? Wieso klappt das nicht? Wir haben noch alles, was wir brauchen. Das ist ja. Das ist ja. Brr. So. Jetzt. Genau. Die haben wir. Zehn Stück. Die. Achso. Wir müssen die Kabel noch machen. Ja. Never mind. Never mind. Brr. Brr. So. So müssen wir immer sechs Stück draus bekommen. Ja. Drei Stück. Verdammt. 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 Leck mich. Ah. Wir werden alle sterben. So. Wir brauchen ja davon eh noch mehr, weil wir müssen ja später auch noch HV-Kabel machen. Von daher. Da piept nicht jeder. Sag mal, piept das bei mir immer im Spiel oder piept hier irgendwas? Piept doch immer irgendwas. Hmm. So. Wir machen mal so. Genau. Passt. 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 Brauchen wir noch die HV-Kabels für irgendwas? Ich lasse das mal so. Vielleicht brauchen wir für irgendwas noch HV-Kabels. Deswegen. Ich lasse die mal. So. Jetzt muss es aber klappen. Ja. Es klappt. Tomato. So. Zehn Stück. Perfekt. So. Und aus den MV-Batterien. Wir haben zehn MV-Batterien. Und wir können unsere ganze Anlage verbessern. Oh, wir können so viele Batterien ranbauen. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Haben wir jetzt noch was drin? Ne, ne? Ah, doch. Hier haben wir noch ein bisschen Dust. Oh. Wir haben noch ein bisschen Dust. Hier haben wir noch ein bisschen. Oh, wir haben noch ein bisschen Dust. Wir haben so viele Sachen. So. Also andere ist leer. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Was ist denn hier drin? Hä? Oh. Ich habe da mal keine Weckzüge reparieren. Also den haben wir da letztens vollkommen drin vergessen. Kann das sein? Lolloroffel. Lolloroffel. Pff. Das Ding reicht aus. Vorbei brauchen wir auch noch ein bisschen HV-Kabel, um die Dinger nicht später zu verbinden mit der Anlage. Also ein bisschen mehr HV-Kabel als nötig ist. Kann nicht schaden. So. Alles. Ja, reicht aus. So. Perfekt. So. Jetzt haben wir hier HV, 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 HHHV. So. Jetzt brauchen wir einen Hochspannstransformator. Leckt mich. So. Da brauchen wir auch noch mal Kupferspulen und Edelstahlwaren. Edelstahlwaren müssten wir ja haben. Da. So. Spulen brauchen wir. Wir brauchen zwei Draftaten, aber wir brauchen vier Spulen. Also 16 von den Dingern. Genau. Acht. Acht. Kupfer. Let's go. So. So. Nein. So und das jetzt erstmal. Genau. Jetzt haben wir davon vier Stück. Ist richtig. Und jetzt kommt das. Jawohl. So und jetzt kommt das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das geil. Ich werde schwanger. 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 Oh mein Gott. Ist das geil, Alter. Oh. Ist das krass. Korrekt. Die können ein Mega EU fassen. Wow. Siehste. By the way. Können wir eigentlich noch von diesen Batterien. Hier können wir ein bisschen noch vier machen. Äh. Was? Was ist das denn? Wir müssen alles dabei haben. Kupfer haben wir und Zinn haben wir. Ach ne. Schmiedeisen. Äh. Dass die immer alle so gleich aussehen. Es ist so behindert. Danke. Weg mit dir. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Jetzt kommt wir hatten irgendwo noch vier Stück rumliegen. Wobei. Das wüsst ich. Weil wir haben ja vorhin genau passend gemacht. Na. Sollte also nirgends vor mir irgendwas drin sein. Natürlich überprüft ich es trotzdem. Weil ich mit Kassels Angst gemacht habe. Man kennt es halt, ne. Jetzt kommt die Küste jetzt noch voll davon, ne. Äh. Nein. Okay. Let's go. So. Dann bin ich mal gespannt, wie viele die mit den Batterien haben. Bopp. Und. Bopp. 1200. Boah. So. Geil. Juhu. 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 Gut. In der nächsten Folge können wir dann unsere Inventar ein bisschen aufräumen. Backpack-Falding ein bisschen aufräumen. Und dann mit dem Abbauen von dem Uran weitermachen. Das war ein Abenteuer. Das war ein Abenteuer. Bis dann.